Hi, ich bin Alex von der Wirtschaftsförderung und ich möchte euch heute ein paar Sachen zum Gründerwettbewerb Innenstadt erzählen. Warum haben wir den Gründerwettbewerb initiiert? Zum einen wollen wir Gründerinnen und Gründer von Heilbronn unterstützen und fördern und zum anderen natürlich die Attraktivität der Innenstadt und die Belebung fördern und stärken. Jetzt die Frage, wer kann überhaupt alles mitmachen? Es können alle mitmachen, die eine coole Gründungsidee haben für die Innenstadt, um die Attraktivität zu steigern, die aber auch bereit sind, die Gründer selbst durchzuführen. Also es geht nicht nur um die Idee, sondern selbstständig das durchzuführen, vielleicht auch schon einen Businessplan erstellt haben, aber da unterstützen wir auch noch gerne bis zum Schluss beratend. Für all diejenigen, die sich sowieso überlegt haben, es mal zu gründen, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, weil ihr nicht nur zum einen die Unterstützung finanziell kriegt, sondern wir unterstützen euch ja schon vorher, also bevor ihr die Bewerbung abgegeben habt, könnt ihr zu uns kommen, bekommt eine Förderung, bekommt schon mal eine Einschätzung, ihr kriegt dann auch kurz davor auch nochmal eine Marktanalyse zugestellt und das ist einfach der Punkt, dass ihr jetzt eine Unterstützung habt von der städtischen Seite, mit unseren Partnern an der Seite, könnt ihr eure Gründung starten und seid nicht ganz auf euch alleine gestellt. Wer gewinnt und was kann man gewinnen? Die ersten drei Plätze gewinnen und bekommen von uns zum Beispiel Mietkostenzuschüsse, ein Gründungsstartkapital und Hilfe bei der Standardsuche in der Innenstadt. Alle weiteren Preise findet ihr auf unserer Website. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, euch zu bewerben mit eurer Idee, findet ihr alle Informationen unter www.heilbronn.de und falls ihr noch Fragen habt, unten in der Beschreibung findet ihr alle Kontaktdaten, könnt ihr euch jederzeit gerne melden.